Einmarsch zur diesjährigen Volkssitzung der KG Alt Köln mit einem süchtlich gut gelaunten Hans Brocker. 25 Jahre eröffnete er die Sitzung. Ich heiße Sie heute hier auf das Allerherzlichste auf dem Neumarkt in Zell willkommen. Ich stehe heute hier in neuer Funktion vor Ihnen. Man hat mich zum Ehrenpräsidenten anladen. Herzlichen Dank. Mit Hans Brocker endet eine Ära für die KG Alt Köln. Sein Nachfolger steht bereit. Was viele hier gar nicht wissen, gleich wird ein neuer Präsident gekürt. Und kein geringerer als Markus Ritterbach vom Kölner Festkomitee wird diese Zeremonie leiten. Liebe Karnevalsjäger, zunächst mal, zunächst mal richtig nochmal Danke sagen an denjenigen, der Karnevalsgeschichte geschrieben hat, der hier 25 Jahre Präsident war. Lieber Hans, du bist eine richtig stötsche Junge. Du hast in Karnevals geprägt über Jahre und Jahrzehnte. Herzlichen Dank dafür. Mit 77 Jahren sei es Zeit, das Amt an einen Jüngeren zu übergeben. Sein Nachfolger, Professor Rainer Riegel, wurde mit großer Mehrheit gewählt. Ihr bekommt jetzt einen neuen Präsidenten, damit es gleich losgehen kann. Das ist Kölscher Basterlaube, der hier befeiert wird. Und toll, dass du das jetzt übernimmst. Ich darf dir als Zeichen, als offizielles Zeichen, nun die Präsidentenkette und eine Basum-Trommelwirbel überreichen. Jetzt fehlt noch eins, um richtiger Präsident zu sein. Da braucht man einen Hut mit Zegern und einem Mond auf dem Hut. Lieber Rainer, bitte schön. Präsident Rainer Riedel ist studierter Neurologe, Psychiater und Therapeut. Die Idealbesetzung für den Karneval, wie er meint, denn er verstehe, was um ihn herum passiert und freut sich auf sein Amt. Jubel für die neuen Projekte! Ich bin ein Riegel aus Köln! Best-Providee! Volkssitzung! Applaus Zur Amtseinführung ist sogar der Kölner Oberbürgermeister Jürgen Rothers ins Zelt gekommen. Und dann ist es soweit. Der neue Präsident grüßt die Karnevalisten. Ich freue mich, bei euch ins Zelt zu sein. Applaus Ich kann jetzt mit meinem Vorstand, meinen Mitgliedern, die KG, auf einen Weg in die Zukunft begeistern. Applaus Wenn wir die fünfte Jahreszeit nicht hätten, liebe Freunde, würden wir hier nicht feiern. Applaus Auf die fünfte Jahreszeit, ein Dreimal-Könner! Einmal Fest-Providee! Was erwarten die Gäste vom neuen Präsidenten? Ich bin sehr gespannt, Brücke zu beergen, ist eine große Aufforderung. Ich hoffe, dass er auch ein lustiger Präsident ist und für alle da ist. Hier eine tolle Sitzung und vor allem, dass er seine Feuertaufe gut besteht. Und ja, auf jeden Fall erstmal alles Gute wünsche ich Ihnen. Eine super Sitzung wird! Die Volkssitzung der KG Alt Köln auf dem Kölner Neumarkt ist ein Garant für gute Stimmung. Hans Brocker kann sie entspannt genießen, der neue Präsident hat Platz genommen. Und vielleicht geht in seiner Amtszeit sein größter Wunsch in Erfüllung. Eine dritte Volkssitzung für Köln. Applaus Neumarkt Neumarkt Neumarkt